Traditionell fand zum Jahresausklang der beliebte First Class Talk ein Branchentreff der Automobilszene in Hamburg statt. Geladen waren Entscheider, Führungskräfte und Macher. Geladen hatte First Class Mobil. Wir befinden uns hier im Zar, mitten in der Hamburger Innenstadt, in der neuen Location zum alten Rathaus. Das ist der First Class Talk 2015, eine Veranstaltung, die so alle zwei Jahre stattfindet. Hier treffen sich dann die Entscheider der Hamburger Automobilbranche, Führungskräfte, die sie einfach mal ungezwungen austauschen wollen. Der First Class Talk ist Netzwerkplattform. In ungezwungener und lockerer Atmosphäre wird diskutiert, gelacht, genetzwerkt. Abseits des hektischen Tagesgeschäftes, abseits bürokratischer Zwänge. Der First Class Talk dient der Kundenpflege und dem gemeinsamen Dialog. Nicht selten werden hier auch Geschäfte entwickelt oder Ideen geschmiedet für künftige Partnerschaften. Frei nach dem Motto, kann, muss aber nicht. Das Ganze findet hier statt, dass man mal ungezwungen, abseits des Alltags vernünftig miteinander sprechen kann. Im Alltag hat man ja oft die Hektik, dass man gar nicht bis zum Ende oder bis zum Grund der Sachen kommt. Das ist hier heute anders. In dieser Location kann man mal in Ruhe den Dingen auf den Grund gehen. Weitere Informationen unter firstclassmobil.de Der First Class Talk Vielen Dank.